Und da meine Vorräte nicht unerschöpflich sind, fände ich das auch gar nicht mal so sexy. Was ist das hier für... das ist ein normaler Stein, ne? Ja, das ist dieses... wie heißt das? Schnee? Jo, guck mal die Welt hier an! Die sieht total scoozy aus. Oh, Diablo! Alter, hier ist ein anderer... ey, hörst du, hier ist so ein Lied, was hier anfängt. WTF! Ey, der ist voll schnell, ne? Hier ist aber Sand. Das ist schön und gut, ne? Wenn die El Diablo mich von hinten schlägt. Richtig, der... der Drache! Ey, geht mal alle weg! Wow! Hilfe! Sandzombies! Was ist das denn für eine Fotze? Hier braucht man einen Brot dazu. Ey, jo, ich bin mal weg, ne? Okay, lass uns rennen, lass uns rennen, bitte. Aber wohin? Aber wohin? Einfach irgendwo hin? Wir laufen zu den Sternen! Was? Lasst uns zu den Sternen, wir müssen auf so eine Insel drauf. Guck mal da, da, da kann man drauf gehen. Was sind das für komische Zombies? Ich höre nicht, ich muss so eine drauf. Das sind so rot und hässlichen... Ey, Diablo hat uns in Ruhe gelassen. Ja, das ist schön. WTF! Ey, da hinten ist eine grüne Substanz. Hier ist ein Krater eingeschlagen. Das ist ein Krater, meine ich. Ein Meteor hat hier eingeschlagen. Und da unten ist Weltraum-Glibber! Wuhu! Das ist der Meteorit. Legacy! Wie kommen wir hier runter? Oh, oh, pass auf! Wuhu! Wenn wir es hier runter schaffen. Wenn wir es hier runter schaffen. Alter, wir müssen hier runter. Weltraum-Glibber ist unser. Weltraum-Glibber ist unser. Ich gehe hier runter. Wuhu! Wuhu! Wir haben es geschafft. Wir haben die Meteoriten gefunden. Das ist cool. Ey, das sind Aliens. Alter, was? Oh Gott! Oh Gott, wie stark die sind! Ey, wie schießt der? Was schießt der? Und weißt du was? Holy shit, Alter, dieser Krater hier. Was, ne? Ja, aber diese Zombies, ach, diese Aliens. Weißt du, was ich machen muss? Ich muss meine Leiste mal leer machen von Stein, damit ich den Weltraum-Glibber da reinkriege, weißt du? Hast du schon welche, oder was? Wirklich welche. Gott. Oh Gott! Weltraum-Gestein abzubauen dauert lange. Mit der Diamants-Spitzsacke. Alien zu töten ist echt scheiße. Boah! Aber die sind nicht so schnell, ne? Ah, ne, das nicht. Aber, aber weißt du was? Ja. Weil wir spawnen gerade tausend Stück. Und die slowen mich und hauen mich und bin tot. Ey. Die sind viel zu stark. Die sind viel zu stark. Viel zu stark. Und die Welt hier wird irgendwie immer... Keine Ahnung was. Aber ey. Save den Weltraum-Glibber. Oh mein Gott, der Dach ist so nah. Das dauert richtig lange, den abzubauen irgendwie. Ey, wie wenig hattest du denn von deinen komischen Typis da bei dir? Viel Typis. Oh, ist tot. Aber ich weiß, in welche Richtung das liegt. Ich sehe ja noch deinen Name-Tag. Deswegen laufe ich da immer noch hin. Aber weißt du was? Das bringt dir überhaupt nichts, da hinzulaufen. Weil... Ich bin gleich einfach von den Zombies penetriert. Weil nach... Alter, ja... Alter, nachts, das geht überhaupt nicht klar. Ey, du kannst mit deiner Schlitzschacke übrigens viel machen, ne? Also ich würde normale Zombies niemals mit einer Knarre abballern. Wieso macht die Diamant-Schlitzschke aufbauen jetzt? Ja, oder tu it. Zum Beispiel. Okay. Ich sehe nichts. Aber wie viel Erze hier oben an der Oberfläche ist er? Ja, die Schlitzschke macht auch vorne. Scheiße. Aber es gibt hier auch Bogenschützen oben. Wow. Richtig Ausweifmanöver. Was ist denn jetzt los, man? Alter, wenn du auf Sand bist, ne? Und ein Zombie unter dir spawnen, ne? Der slown die dich, weiß sowieso. Die slown dich auch so. Ja, aber die... Der Hörer hat mich auch geslown. Aber die slown dich mega krass, Alter. Also ich habe das Gefühl, Alter, die greifen dir an den Füßen, ey. Lass dich nicht mehr gehen. Also ich bin wieder beim Meteoreinschlag. Die Zombies machen mich gerade voll... Aua. Oh, der Drache ist aber auch richtig wichtig. Ich bin hinter dir. Ja, wirklich? Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt gleich unten rein. Weißt du? Und wir bauen uns eine kleine Kammer. Wir bauen uns eine kleine Kammer jetzt hier. Also, machen hier so ein Ding hin. Und dann... Lass uns doch hier drinnen eine Kammer bauen. Was heißt hier drinnen? Ich bin drinnen. Komm, 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 komm. Nein. Wo drin? Wo bist du? Geben die Theoriten. Ja, okay. WAAA! Für dich. Ich bin tot. Ja, good night. Good night. Okay. Oh, Mann, ey. Meine Fresse. Wieso sind wir unten bei den Zombies, Alter? Wenn du schaffst, hier hinzukommen, haben wir... Äh... ...ne Safer Base. Also, ich bin schon mal hier. Ich baue mal ein bisschen was ab, okay? Ey, der Drache fliegt wieder zu mir und geht mir jetzt wieder auf ein Eier. Mein Gott. Piss dich. Lass mich in Ruhe. Oh nein, die Aliens machen komische Geräusche. Na, lass mich in Ruhe. Oh, wir sind Weltraumgestein, dann gucken wir mal wieder mal das da was. Lass mich alle in Ruhe. Oh, natürlich! Spawnt jetzt vor mir so ein Diablo. Das ist natürlich normalo. Ja, auch Weltraumgestein abzubauen dauert echt, echt sehr. Ey, ihr wisst euch alle. Ihr wisst euch alle von mir. Ihr wisst euch. Ich glaub, wir können kein Weltraumgestein abbauen. Ich dachte, du hast schon was eingesammelt. Nein, ich versuch gerade, was abzubauen. Aber das... Weltraumglibber, meine ich, ne? Ja, aber ich hab hier keinen Glibber. Oh, ich bin wieder tot, Mann! Was wollt ihr von mir, Mane? Föße, blablabla. Dieser Pischer. Dieser Pischer. Hallo. Kommt mein Viecher in so eine Sound? Vielleicht komm ich irgendwann mal bei dir an, aber ich weiß nicht, ich bezweifle das so fast. Vielleicht wenn es mal nicht nacht ist. Ach, ich bin wieder tot. Oh, gut, nein. Hallo, die brauchen... Ey, die brauchen einfach nur zu zweit einmal auf mich draufhauen, Alter. Und ich bin tot. Vom ersten Slow aus, weißt du, macht's Bam Bam und ich bin tot. Und wie... Ich hab hier nur rumgeschreitelt. Ey, wie scheiße ist denn das, Alter? Mir brauch ja dann einfach nur so ein Zombie einfach mal... Keine Ahnung. Anzujumpen und dann... Bin ich schon fast tot. Aber jetzt wissen wir, dass wir den Meteorit nicht abholen können. Und ich weiß nicht, ob wir Glibber abholen können. I try. Was? Jo, zu viel zu meinem Try. Alter Falter. Ja. Ja, und halt brauchen wir Blutstein. Aber dann nicht nur wenig. Und der Blutsteinspitzsacke. Ja. Dafür brauchen wir Diamant und Blutstein. Ganz schön viel Blutstein. Was ist denn hier so laut? Wie, was ist hier so laut? Ja, hier so ein richtig krasses Rauschen. So... Keine Ahnung, schau dich um. Wir sind hier nur Rakete angeflogen. Weißt du was? Seitdem du wieder gespawnt bist, weißt du, ist es hier so einfach durchzulaufen? Ja, weil die ganzen Moves wechseln. Das ist so einfach jetzt. Ich glaube, ich baue jetzt genau hier meine Base, wo ich die vorhin bauen wollte. Oder? Ich habe einen Eingang gelassen in der Base und kannst da rein, ne? Ja. Und Zombies auch? Nein. Ja, das sind zwei Blöcke frei, da kannst du rein. Wieso bist du gerade gestorben eigentlich? Äh, vor der Base. Weltraumfels können wir nicht abbauen? Nein. Und wie sollen wir dann weitergehen hier? Geht doch gar nicht. Können wir doch gar nicht weiterlaufen? Ich weiß, aber trotzdem habe ich da so kein Safety-Nest. Oh, oh, ich muss mich gleich reinlassen. Mich verfolgt ein Alien, vielleicht können wir das Alien töten. Musst du alles reinlassen? Komm, 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 mach zu. So, wer ist das? Alter, siehst du das, was ich sehe? Ja, ja, der kann aber das hier nicht kaputt machen. Nein, ich rede gerade vom Drachen, der hier gerade alles zerstört. Ja, ja, der kann das hier nicht kaputt machen. Kein Stein. Aber jetzt dachte ich, dass hier irgendwie Aliens kommen und wir die mal hauen können. Mal gucken, ob wir die töten können. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas hinkommt. Ich auch nicht. Dann ist es gleich bestimmt wieder Tag, 200%. Ja, dass du aber warten, bis Tag ist, oder? Ja, was bleibt uns denn anderes übrig? Oh, 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 ich hab Angst. Ich hab versucht, guck, du siehst halt, wir können Stein halt nicht abbauen. Kommt halt auf dem Stein noch keine Animation. Boah, das ist richtig mies. Ja, da brauchen wir Blutstein, denkst du. Okay. Was sollen wir dann hier machen? Ey, siehst du mal, sitzen die Alien hier? Wieso schiebt er nicht? Ja, er ist despawnt. Ich glaube, die fieber despawnen die ganze Zeit alle. Wieso, der ist nicht despawnt, ich hau den noch die ganze Zeit. Bei mir ist er schon verschwunden. Bei mir nicht. Also, ich hau den gerade die ganze Zeit rauf. Ja, ich hau mal in die Richtung, die du raufst. Aber irgendwie... Ja, wo ist er jetzt denn? Jetzt ist er weg. Ja, Skeletons. Very nice Skeletons. Guck mal, draußen wird's hell, glaube ich. Sieht so aus, zumindest. Ah, Holz gekriegt von dem. Ja. Guck mal, da ist schon wieder so ein Viech. Ja, jetzt sehe ich dann auch. Der ist tot, siehst du? Ja, Mann. Wie fühlst du von mir? Er hat... Ah, Kupfer gedroppt. Oh, ernsthaft? Na ja, könnte ich mal drangehen. Ich glaube, draußen ist ruhig. Sollen wir raus? Relativ. Hallo? Wir gehen so rein. Wo kommt das Ding auf einmal her? Genau da, wo wir rausgekommen sind. Ich habe hier vorhin einen Weltraumglibber gesehen. Hier, hier, hier. Ich muss nur dazu kommen, einmal das abzubauen. Ich bin da, ich bin da. Du bist da. Zwei. Wir können das nicht abbauen. Mit was können wir das überhaupt abbauen? Blutspitzlager wahrscheinlich. Nein, lass dich doch einfach abbauen. Ich bin hier. Oh, Bro. Komm mal hier rein. Ja. Ich stehe jetzt auf... Wow, what the fuck. Wow, jump runter! Oh, ich lebe. Ich lebe. Ich auch. Ich bin unten und ich lebe. Was ist das für eine Höhle? Ich bin tot. Warum bist du tot? Weißt du, was hier dran geil ist? Hier ist überall Weltraumglibber und Diamant. Und Diamanten sind hier auch überall. Und was sehe ich hier noch? Gold. Weißt du was? Das ist hier wie ein Paradies. Ich versuche zu dir zu kommen. Boah, ey. Das ist hier richtig groß hier unten. Boah, Alter. What the hell? Wir sind quasi unter dem Krater an diesen Hohlraum gelangt. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Da war richtig fette Höhle. Aber ich hab nicht gesehen, ob da so viel Erz ist drin. Alter, sind richtig viele Sachen. So viel Stuff. Unbelievable, weißt du? So sieht's aus. Yo, ich komme, ich komme. Das Weltraumglibber, das leuchtet richtig hell, ey. Ja, das ist richtig geil. Aber wir können ja nicht abbauen. Das ist scheiße. Ja, aber hier ist auch Blutstein, ne? Das heißt, wir können hier alles machen, was wir wollen. Ja, da müssen wir uns eigentlich für eine Base machen. Wir dürfen nur nicht sterben. Oh mein Gott. Wir dürfen nur nicht sterben, saßte? So. Das wird jetzt schwer. Nein, die slow mich. Die slow mich. Die slow mich. Die slow mich. Die werden mich töten. 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 Die hauen mich auch alle. Das ist so gemein zu mir. Alter. Die Diamantenspitzhacke macht denen nichts aus. Gar nix. Gar nix. Null. 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 Ich geh jetzt sterben. Geh in den Zombies? Geh in den Zombies? Wenn du die mit der Spitzhacke haust, kann die dich nicht hauen. Ich weiß. Aber ansonsten kann ich die nicht töten. Doch! Nach 100 Jahren kann man die töten mit einer Spitzhacke. Jetzt muss ich noch irgendwie runter zu dir kommen. Oh. Ich habe das Ding fertig gemacht. Ich habe das Ding fertig gemacht. Ich komme. Bin da. Bin da. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Das ist über Gold. Ich habe so Angst. Guck mal, hier ist so viel Scheiße, ne? Ja, hier ist so viel Gold. Aber das Problem ist echt, wenn diese komischen Viecher ankommen. Die sind echt hart, Mann. Ja, ich tue auch gerade hier so ein wichtiges Dachverkauf. Weg. Wow, wow, wow. Was heißt, die wichtigen Dachverkauf? Äh. Damit meine ich, dass ich jetzt gerade Gold hier in mein Hauptdingster reingetan habe. Achso. Ich brauche aber auch Steine hier. Kann keiner Fakern mehr machen. Boah, das ist gut. Guck mal, ich konnte hier hochjumpen. Haha. Ich habe jetzt extra hier, damit ich den Gold abwahl und dann. Weißt du, da kann keiner mein Gold hier. Snaken. Mein Gold hier snaken. Ja, das ist mein Gold. Alles ist mein Gold. Wir dürfen hier nicht sterben. Wir dürfen hier nicht sterben. Ich hau den, ich hau den. Wir brauchen ganz viel Gold, brauchen wir hier. Ganz viel Gold. Och, ich gehe zum nächsten Gold. Oh Mann, Dude, ey. Können wir überhaupt da wieder hochjumpen, da wo du dein Dings gemacht hast? Nein. Können wir nicht. Theoretisch können wir da hochjumpen. Wenn ich da nochmal so einen Block drauf packe. Dann kommen wir da drauf. So, ich such mal irgendwas hier. So. Boah, hier ist alles eigentlich voller Stuff. Das ist voll krass. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte da nicht Fackeln machen. Okay. Dann mache ich das nochmal. Oh, mein Gold. Ich habe es gesehen. Fackeln. Besonders da. Fackeln. So. Die Fackeln hätte ich schon mal. Alter, hörst du das? Ja, das sind die Aliens. Ja, genau. So. Rennst so rum, Dude. Pass auf, hier irgendwie alles nicht zu machen, dass hier keine Viecher mehr hinkommen. Ich bin hier irgendwo. Ist irgendwie hier da oben. Da unten ist so, man. So viel Gold. Ja. Gold Army oder was? Ja, unten. Aua. Ich will doch nur ein bisschen Gold. Hm. Hier ist. Hier ist ein Eisen. Hier sterben. Boah, hier ist Gold. Oh, ne. Da unten? Ja, ja. Ja, ich habe gesagt, du sollst sterben. Ich schütze dich mit der Waffe. Sammel du das Gold auf. Sind die sonst noch irgendwelche Spaßstis? Ja, Mann. Voll die hier. Hau ab. Weißt du, dass ich gucken muss? Hier ist so eine ganz kleine Hüge. Da hinten ist noch mehr Gold. Da hinten ist noch mehr Gold. Ey, das ist Diamant hier drin. Warte. Erstmal Diamant abbauen. Das noch mehr Diamant. Oh, der Meteorit geht ja hier so in den Krater rein. Voll cool. Ja, das habe ich ja gesehen, ey. Ich gucke so, ich so, boah, geiles Konstrukt, ey. Richtig nice. Ja, siehst du, weiter vorne ist noch ein bisschen Gold. Ja, ja. Ja, bei dir, ja. Pass auf, dass kein Fisch dich angreift. Gold, 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 gold. Ey, weißt du was? Ich brauche bald einfach nur Gold, 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 um eine neue Spitzhacke zu machen, weil meine Diamant schon richtig hart angeschlagen ist. Ey, und hier fällt mir in die Hölle rein. An der Stelle. Scheiße. Ich finde es richtig geil, dass hier gerade keine Alien kommen. Hier kommen, glaube ich, keine. Ich glaube, die sind auch immer nur... Nein, nein, nein. Ich habe hier unten gerade zwei verprügelt. Hä? Das fand ich nicht so geil. Das ist doch Gold, da ist noch Gold. Hier ist überall noch was, Mann. Hier ist überall noch was. Ich bin völlig süchtig. Ich bin völlig süchtig. Oh mein Gott, hier ist Gold. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Warte mal, Gold, Gold. Gold muss ich lieber in die Leisten hier reinpacken. Du hast Gold nicht in der Leiste gehabt. Nein. Gold, 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 gold. Ja. Boah, hier ist so viel Gold. Hier sind Ritsch-Bitschis. Warte mal, ich kann mir gleich was anderes machen. Waffen und Munition. Munition. So, erstmal Munition kaufen. So, erstmal neue Munition gemacht. Das ist schon mal was Gutes. Das heißt, ich kann die gleich wieder abknallen. Ich war doch hier noch. Gold. Aber ich bin natürlich runtergefallen. So, hallo. Skelett. Tschüss. Da oben war Gold. Gold. Au, 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 au. Ey, das ist ein Blutzombie. Blutzkelett. Wow. Nein. Was ist das für Alien? Nein. Oh. Nein. Einfach nein. Weil nein. Warte mal. Oh, was macht er denn? Ey. Scheiß auf den. Ich mach den wohl. Pass auf, dass es nichts anderes mich untoucht. Den mach ich wohl so. Okay. Er ist tot. Den kann man einfach tothacken mit der Diamant. Einen einzigen kann man einfach tothacken, ohne dass er einen untoucht. Einfach draufhauen. Das geht. Aber jetzt, was ich brauche. Was denn? Blutstein. Scheiße. Ich will immer Diamant irgendwas sagen. Aber wir müssen so langsam auch bald wieder pausieren, ne? Ich weiß wohl. Oh, ja. So ziemlich wird das langsam Zeit. Ja, einfach nur, weil du so einen Rage-Pool hast, ne? Ja, zum Beispiel. Weißt du, ja, dann lass mich erst mal zu dir hochkommen, oder nicht? Wie bist du da hochgekommen überhaupt? Ich hab mich hochgebaut. So ein Affe, ey. Hab ich die ganze Zeit schon gemacht, irgendwie so. Warte mal, wie komm ich jetzt hoch hier ohne? Hm. Komm hier hoch. Warte. Oh, scheiße. Das war schlecht. Der war so hochbauen wie bei Minecraft, so unter dir die Böcke so bauen, so. Warte, das geht ja nicht so gut bei dem. Im Game. Ich? Finde ich nicht. Ich finde, es geht schon besser. Aber hier haben wir jetzt so eine coole Aussicht. Ja. Boah, Alter. Da unten ist wieder irgendwie so ein Viech, glaube ich. Irgendwo rennt wieder so ein Viech. Aber guck mal, da hat dieses Weltraumglibber. Ey, das sieht so glow-mäßig aus. Ja. Oh Gott. Ah, bei der nächsten Aufnahme wird es, glaube ich, wieder weitergehen. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir machen ab diesem Punkt noch einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Haut da rein. Wood Nom. Oh Gott. Oh Gott. room Sonic. Oh Gott. Das ruhe. Und das ruhe.